Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahin gerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren sie rasch zurück und bringen sie gute Nachrichten. Ganz ruhig! Genau! Aufpassen! Leinen los! Leinen sind los. Haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Pader, es geht nach oben. Die Schleuse ist geschlossen. Fertig. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Endlich zu Hause. Gleichmäßiger Punkt. Und das war's. Steg runter. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Korbo. Gute Reise gehabt, Sir. Weißt du jetzt, wo's lang geht? Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Mach vor allem keine Experten mit. Sokoloff hat wieder alles geändert. Wir wissen noch nicht, was du glaubst jetzt hierherst. Gehe mal hier runter in Norddeutsch. Hallo, Sir. Korbo, du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte! Lass uns erst verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesen fiesen alten Meisterspionen. Na gut, gehen wir zur Mutter. Na los, mach schon. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Korbo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbanden. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht. Sieht das wie Campbell aus? Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaub, sie hat dich vermisst. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Sie empfängt sie gleich. Kein Zweifel. Es war gut mit ihnen zur Reisen, Korbo. Kennst du meine Nichte Kalista? Sie wird mit jedem Jahr hübscher. Hallo, mein Herr. Alles in Ordnung, Sir? Die Menschen sind krank. Keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind... Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Korbo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Korbo. Zwei Tage zu früh. Voll neue Überraschungen, wie immer. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Ich hoffe, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen. Und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter, geht es gut. Halt! Wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Ja! Emily! Komm her! Vorsicht! Noch einer! Korbo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal! Nicht schon wieder! Mama! Nein! Weg von ihr! Korbo! Korbo! Halb! Halb! Korbo! Korbo! Alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Korbo. Korbo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leidwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Korbo. Ergreift ihn. Wir würden sie machen. Wir würden sie mit ihnen wegschauen. Wenn Sie die Kaiserin getötet, vergrüßen. Tschüss, was er ist für Sie mit. Was ist der Leidwächter? Ja, ich bin. Wir sehen. Es ist ein leidwächter. Von Leidwächter. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Gescheibnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot, Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmster. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wach sein! Bringt ihn zurück in sein Hotel. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Wie? Das Ganze ist ja alles. Die Aufseher haben wir auf den Weg. Das Ganze ist ja alles gut so gut. Verzieh dich! Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis? Genau. Ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Wird nicht besser als wir. Wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Wartungsteams 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 Wartungsteams